Beim Eintreffen des Löschfahrzeuges aus Tremmen stand die Miete in kompletter Länge, in kompletter Breite im Vollbrand. Ein Fahren der Miete war zu dem Zeitpunkt nicht der Einsatz hier, so wie er jetzt mit einem sehr umfassenden Löschangriff, die letztendlich immer mehr Wasser rauf gibt, als sich der Brand weiterentwickeln kann. Also die Eutzreuerwehren und die Stadt Kelsien sind mit 46 Einsatzkräften vor Ort, mit mehreren Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen. Die Miete liegt in einem sicheren Bereich auf einem Feld. Die angrenzenden Bereiche wurden durch die Ortsfeuerwehren geschützt, aber gegenwärtig ist die Rauchentwicklung und die Hitzeentwicklung zu stark, dass wir da im Moment keine Geräte einsetzen können und auch nicht wollen. Wir lassen jetzt die Miete soweit kontrolliert runterbrennen, bis ein Zugriff auf die Miete möglich ist und dann wird's auseinandergerissen und mit Ablöscharbeiten begonnen.